Heute geht es wieder um Trockenfasten. Du erfährst meine Motivation, warum ich trockenfaste und warum ich mich auch mal in die Situation versetzen möchte, die ganz viele Menschen auf dieser Welt täglich erleben, nämlich hungern und nichts zu trinken. Und du erfährst von unserer russischen Expertin, die aus russischen Kliniken gelernt hat, wie letztlich du Trockenfasten optimal durchführen kannst, wie du das Optimale rausholen kannst, wie du die Autophagie stärken kannst, wie du letztlich fasten kannst, ohne Muskeln zu verlieren und warum Trockenfasten definitiv besser ist wie Wasserfasten. Und du bekommst gegen Ende des Podcasts noch die Gelegenheit herauszufinden, wie du vegane, ketogene Ernährung kombinieren kannst mit Intervallfasten und warum das eines der besten Methoden ist, um abzunehmen und langfristig gesund zu sein. Also, eine Top-Episode, vollgepackt mit wertvollem Wissen. Bleib auf jeden Fall dran und genieße die ganze Episode mit unserer Super-Expertin Viktoria Rust. Hallihallo, dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Mir geht es hervorragend, denn es haben sich schon über 30 Menschen den kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D gesichert. Wenn du diese Episode im Januar 2020 noch hörst, 2021 natürlich, dann klicke jetzt mal auf den Link in den Show Notes, denn da kriegst du eine 600 Portionen große Dose Vitamin D komplett umsonst. Und zwar nicht nur Vitamin D, sondern Vitamin D3 plus K2, die optimale Kombination also. Und wenn du dran bleibst, dann wirst du auch wissen, warum Vitamin D so wichtig ist. Denn jetzt haben wir wieder im zweiten Teil bzw. die Fortsetzung mit Viktoria Rust, unserer russischen Fastenexpertin. Und wenn du weißt oder wenn du ein bisschen über Russland dich informiert hast, dann weißt du, dass dieses Land wirklich eine große Fastentradition hat und wirklich gutes Wissen hat. Viktoria Rust hat ihr Wissen unter anderem aus russischen Fastenkliniken und natürlich auch aus eigener Fastenerfahrung. Und wir haben dir im beiliegenden Blogartikel, den du verlinkt bekommst, in der Beschreibung natürlich auch noch verschiedene Quellen und Studien genannt. Und noch on top findest du das komplette Video mit Viktoria Rust auf unserem YouTube-Kanal. Schau da gerne, gerne rein. Jetzt steigen wir aber direkt ein. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn sie nennt hier ihr Fazit und was eben auch ganz wichtig ist, die Reinigung nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene. Und du darfst wirklich gespannt sein, welche super Vorteile es da gibt. Vielleicht hast du schon mal von Apoptose gehört und von Acidose und vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, wie du letztlich keinen Hunger haben kannst, Zeit sparen kannst und Geld sparen kannst. Und all das natürlich mit Trockenfasten, all das geht, all das erwartet dich jetzt in diesem wunderschönen Interview. Ich bin so dankbar und bin voller Freude, hier wieder Viktoria Rust für dich präsentieren zu können. In diesem Sinne, sei auch du dankbar, sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Segen. Schön, dass es dich gibt und leite doch diese Episode an Menschen weiter, die gerne abnehmen möchten, die gerne entgiften möchten, die gerne was ändern möchten in ihrem Leben, die gerne fitter werden möchten und die vielleicht eben auch nicht so richtig aus dem Quark kommen. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Viel, viel Spaß. Dein. Autophagie hast du angesprochen, ein wichtiger Punkt, der ja generell beim Fasten auftritt, also dass quasi der Körper in einen Zellreinigungsmodus geht und da halt vor allem die nicht funktionierenden oder toten Zellen eben hauptsächlich abbaut, was er eben nicht tut oder nicht so gut tut, wenn er quasi immer damit belastet ist oder damit beschäftigt ist, Nahrung zu verdauen. Auch das ist ja schon wissenschaftlich bewiesen. Inwiefern ist denn aber jetzt, und das ist ja eine der Hauptfragen, da das Trockenfasten absolut effektiver, weil Autophagie ja auch auftritt, wenn du beispielsweise nur Wasser trinkst oder sogar schwarzer Kaffee soll sogar die Autophagie stärken. Also inwiefern muss ich jetzt trockenfasten und ist da tatsächlich ein stärkerer Autophagie-Effekt da, als wie beim Wasserfasten? Ja, auf jeden, also ich bin da 100% sicher, weil beim Wasserfasten, so wie ich es erwähnt habe, wird dem Körper Wasser zugeführt, exogenes Wasser, also was nicht im Körper ist, sondern von außen. Und dieses Wasser muss ja auch verarbeitet werden, nicht, dass es so einfach so durchgeht und alles reinigt. Der Körper muss es strukturieren, muss reinigen, muss trotzdem Energie dafür verbrauchen. Und ich glaube nicht, dass der Autophagie-Prozess so tief ist, so stark, das ist vielleicht so Darmreinigung und so, aber die kranken Zellen werden nicht, also was beim Trockenfasten gut ist, dass die Zellen kein Wasser bekommen und die fangen an, selbst Wasser herzustellen. Und die ganzen schwachen Zellen, die überleben einfach nicht, die werden dann aufgefressen. Und wenn du Wasser zuführst, das ist ein ganz anderer Prozess dann. Und beim Kaffee, da weiß ich nicht, ob da so eine Autophagie stattfindet. Also ist es tatsächlich so, dass die Zellen Wasser herstellen oder dass der Körper aus den toten und nicht funktionierenden Zellen und unter anderem aus den Fettzellen das Wasser rauszieht, was dort drin ist? Oder ist es beides? Ja, also Fettzellen, das ist die beste Hauptquelle wahrscheinlich. Und dann die normalen, also die ganzen anderen Zellen fangen dann an, so selbst irgendwie zu kämpfen und um das Wasser und die ganzen Kranken, die schaffen es nicht. Deswegen wird das alles aufgeräumt. Und das ist der Unterschied, glaube ich, zu dem Wasserfasten, dass dieser Prozess dann nicht stattfindet. Vielleicht findet das irgendwann statt, aber es ist schon ein ganz anderer Prozess, kann ich von eigener Erfahrung sprechen. Beim Wasserfasten, ich habe sehr viele Muskeln abgenommen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Muskeln, die ganzen Mineralstoffe aus den Haaren, das ist so schlimm, einen Haarausfall hatte ich danach. Und mein Körper war so wabbelig und danach habe ich sehr viel zugenommen auch. Irgendwas lief da schief und beim Trockenfasten meine ganzen Muskeln bleiben. Es geht nur wirklich Müll. Die ganzen Fettrollchen, irgendwelche so wabbeligen Stellen, das ist alles weg. Da bleibt nur leenes Muskelgewebe und wenig Fett und auch irgendwelche komischen Sachen, die der Körper nicht braucht. Die ist alles weg. Ich sehe das so vor, dass der Körper so unnötigen Müll dann auch braucht. Ich glaube, das ist so ein wirklich Unterschied. Ja, krass. Das heißt, beim Wasserfasten, dadurch, dass das Wasser ja auch viele Sachen rausspült, scheint es auch so zu sein, dass auch Mineralstoffe gegebenenfalls mit rausgespült werden, wo du dann daran merkst, dass du dann Haarausfall hast oder deine Nägel nicht mehr so fit sind oder ist es dann sowas, was du erlebt hast? Ja, ja, das habe ich erlebt. Irgendwie ist da ja anders. Was sagen denn die russischen Quellen dazu? Weil in Russland ist ja auch das Wasserfasten sehr berühmt und sehr beliebt. Vor allem die zwei bis drei Wochen Variante, also die wirklich lange Variante, wo dann teilweise auch schwere Krankheiten damit behandelt werden. Da ist also quasi beides mehr oder weniger on Vogue, kann ich das so verstehen? Oder nimmst du halt bei den und den Belastungen oder den und den Sachen, die du erzielen möchtest, dann lieber Trockenfasten und bei den und den Sachen lieber Wasserfasten? Hast du dich damit beschäftigt? Ja, ich habe viele Leute angeschaut, die echt schon so richtig viel fasten, die sehr tief in der Materie sind und haben da so eigene, wie heißt das, so ein eigenes Zuhause mit Garten und produzieren da eigene Sachen und die fasten regelmäßig und sehr viel. Ich habe mich allein über Wasserfasten nicht informiert, weil ich das Thema für mich abgeschlossen habe und interessiert mich nicht mehr, aber viele Leute machen, das heißt irgendwie Kaskadenfasten, die machen da so kombiniert zum Beispiel ein paar Tage Wasserfasten, dann Trockenfasten, dann wieder Wasserfasten oder so Tag Wasserfasten, Tag Trockenfasten. Und die kombinieren das zusammen. Was ja auch Sinn macht bei längerfristigem Fasten, weil es ist ja nicht umsonst so, zumindest der Mythos da draußen oder wahrscheinlich auch der Fakt, dass der Körper nicht mehr als drei Tage ohne Wasser überlebt. Also ich habe das schon bei mir auch dann gemerkt, dass ich dann Beschwerden bekommen habe nach zwei, zweieinhalb Tagen. Also ich finde es dann schon sinnvoll, dann auch wieder Wasser hinzuzuführen. Ich habe auch Erlebnisberichte gehabt von Leuten, die teilweise fünf, sechs Tage Trockenfasten gemacht haben, finde ich jetzt nicht sinnvoll. Also es macht ja absolut Sinn, zumindest dann nach zwei, spätestens zweieinhalb, drei Tagen wieder was zu trinken. Hast du die Erfahrung auch gemacht, beziehungsweise was sagen da die Quellen? Also ich finde einfach so Trockenfasten von null auf hundert, fünf, sechs Tage schon heftig. Also ich will Wasserfasten auf gar keinen Fall schlecht machen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zum Trockenfasten. Ich denke, jeder sollte Wasserfasten machen, vielleicht nicht so lange, aber das ist schon sehr wichtig, das zu machen, weil Wasser ist ja auch Reinigungsfaktor und das ist eine wichtige Stufe, weil nach dem Gesetz der biologischen Zweckmäßigkeit dann benötigen Zellen ein Minimum eigener Energie und ganzen Toxine, Stoffe und Gifte werden verdünnt, aus Zellen ausgeschwemmt. Das ist sehr wichtig auch auf dem Weg irgendwo, finde ich. Und dann beim Trockenfasten kommt erst dieser Prozess, wo kranken, deformierten Zellen werden dann ums Überleben kämpfen und um vitalsten, gesundesten Zellen und die werden dann irgendwie siegen. Aber die Reinigung muss erst mal sein, weil sonst ist zu viel, was im Körper stattfindet und das kann zu Selbstvergiftung führen. So, was wollte ich jetzt sagen? Du hast auch bei dir in deinem Erfahrungsbericht oder in deinem Blog über Apoptose gesprochen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Was genau ist das? Ehrlich gesagt, ich denke, das ist fast dasselbe wie Autopagie. Ich habe irgendwie Stunden recherchiert, um den Unterschied zu verstehen und irgendwie immer noch denke, das ist ziemlich das Gleiche, oder? Was denkst du? Ja gut, also so wie es sich anhört, ist es dasselbe, dass eben bestimmte Proteine im Zytoplasma von atypischen Zellen aktiviert werden. Und die dann eben, ja letztlich über einen selbsteingeleiteten Zelltod sich verabschieden. Also es ist, ja es ist sehr sehr ähnlich zu dem, deshalb habe ich jetzt auch nochmal nachfragen wollen, was da der Unterschied ist, mehr oder weniger. Genau, das ist halt Selbsttod und Selbstzerstörungsprogramm. Aber diese toten Zellen, die werden ja auch ab, also gegessen von anderen und so verbraucht. Und Autopagie ist ja auch das Gleiche. Gut. Du hast dann auch noch gesprochen von einer steigenden Acidose. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was du unter Acidose meinst? Acidose, das hat mit Keto-Prozessen zu tun, mit Ketonzellen. Und die Acidose geschieht eigentlich auch bei Keto-Ernährung. Das hatte ich auch erlebt, weil ich schon eine Zeit lang auf Keto-Ernährung verbracht habe. Sowohl Fleisch-Keto und auch roh-vegane Keto habe ich verbracht, wo ich Parasitenreinigung gemacht habe. Und ja, diese Acidose, das ist ein ganz anderer Level von Energieverbrauch. Wo, siehst du, ich habe gerade recherchiert und das auch irgendwo gelesen. Ja, wo dann quasi die Ketonkörper hergenommen werden, um Energie zu verwenden. Also die Fettzellen quasi als hauptsächliche Energielieferant genommen werden, statt eben Glykogen oder Kohlenhydrate, die direkt zugeführt werden. Genau, und das ist eine ganz andere Art von Energie. Und der Körper erholt sich so quasi von diesen ganzen Verarbeitungssachen. Und deswegen, weil Ketose entstehen so viele, das ist auch so faszinierend, entstehen so viele auch Ideen und irgendwelche, man fühlt sich so kreativ. Und ja, das ist ein ganz toller Prozess. Und Acidose, das geschieht auch beim Trockenfasten, wo die Leute anfangen, zum Beispiel keine Angst zu haben, weil diese ganzen Angstzustände aufgelöst werden. Und du fängst an, ganz anders zu denken und irgendwie so Sachen anders wahrzunehmen. Das ist auch, was ich so liebe beim Fasten oder nach dem Fasten. Also da würden ja jetzt wieder Ärzte oder Mediziner im Dreieck springen, weil Acidose ja eigentlich eine Übersäuerung ist oder letztlich durch eine säure Überproduktion entsteht. Und dadurch kann es eben sein, dass natürlich eben auch dann weniger Oxygen oder weniger Sauerstoff im Blut ist und dadurch natürlich auch dann diese Zustände hervorgerufen werden, von denen du gerade gesprochen hast. Also das ist natürlich dann eben auch mit Vorsicht zu genießen. Oder siehst du das anders? Ja, ich denke schon, dass man die Acidosen, es gibt so Wellen von Acidose, glaube ich, so nach drei Tagen und fünf Tagen oder so beim Trockenfasten. Es gibt so Krisen. Ich glaube, da, wo die Acidose am höchsten ist und man sich am schlimmsten fühlt, wahrscheinlich hast du das gemeint, ja, dann habe ich wahrscheinlich was anderes gemeint. Ich habe so Ketose gemeint, aber Acidose, ja, es gibt so acidosische Krisen nach drei, fünf oder sieben und elf Tagen vom Trockenfasten und da fühlt der Körper sich am schlimmsten und dann muss man das überwinden. Und danach, wo der Körper das alles verarbeitet hat, wird es so eine Stufe weitergehen und man fühlt sich dann noch besser. Aber ja, das geschieht. Aber ich rate nicht, so weit zu gehen, bis die acidosische Krise, so mehr als drei Tage, dann fühlt man sich richtig schlecht. Gut, also da würde ich jetzt auch nicht schreiben. Ich denke, das ist schon gefährlich. Genau, ohne ärztliche oder ohne das Heilpraktiker, das beobachtet, das ist schon nicht gut, das ist gefährlich, würde ich auch nicht empfehlen. Also Maximum drei Tage, aber am besten 36 Stunden. Das ist das Beste, regelmäßig. Der Körper kann sich regelmäßig reinigen. Dann gibt es keine Krisen, gibt es keine Acidosen. Ja, das ist am besten. Du hast die Ketose erwähnt, du hast gesagt, dass du in der rohveganen Ernährung auch schon, sag ich mal, in der Ketose warst, also ketogenisch ernährt hast. Wie kann das aussehen? Das würde mich auch mal interessieren. Was isst du da noch, außer grüne Blätter? Oh, das ging ganz gut, war aber sehr teuer, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Macadamia in Juste gegessen. Ich habe die dann bestellt im Internet, tütenweise, kiloweise und habe sehr viel davon gegessen. Das hat Spaß gemacht, aber sehr teuer. Und dann Kräuter, weiß ich nicht, ob ich gegessen habe, aber ich habe sehr viel, wie heißt das, Blumenkohl-Salat gemacht. Blumenkohl mit Avocado, mit Apfelessig, was war da noch drin? Vielleicht Grünzeug war auch drin, aber das hat mir richtig gut geschmeckt. Und was ich noch gemacht habe, weil ich hatte Lust auf Süßes, so Pralinen, so Eiweißpralinen mit Leinsamen und Sun Warrior-Protein und Schelit. Da habe ich ganz viel davon gegessen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mehr Kohlenhydrate als normale Ketose-Leute hatte. Ich glaube, das sind bis zu 50 Kohlenhydrate am Tag. Ich glaube, ich hatte mehr, aber da es roh-vegan war, ich glaube, das ging durch. Ich war ständig in Ketose. Ich hatte so Streifen, die dann sagen, ob ich dann in der Ketose bin. Ich war schon am dritten Tag in der Ketose und das ging nicht aus. Das ging durch mit so einer Ernährung. Das war richtig gut. Mein Körper war echt, das sah so gut aus. Also was sind die Vorteile von jetzt zum Beispiel eben auch, wenn du trocken fastest oder in die keto-vegane Ernährung gehst? Ich meine, du siehst da sowieso immer sehr schlank, sehr fit aus. Du hast reine Haut. Was merkst du dann da nochmal an Unterschieden? Hast du einfach mehr Energie oder bist du noch definierter? Was sind da die Vorteile? Der Hauptvorteil war, ich hatte wenig Hunger. Ich habe nur einmal gegessen, zum Beispiel eine Mahlzeit, ohne Kohlenhydrate und ich hatte den ganzen Tag keinen Hunger. Zum Beispiel, ich hatte zwei Hände voll Makadei mehr gegessen. Ich hatte keinen Hunger den ganzen Tag. Das war unglaublich. Das war natürlich sehr hilfreich und zeitsparend. Beim Trockenfasten, ich liebe das. Es spart so viel Zeit für Einkaufen, Zubereiten, Abwaschen. Ich habe plötzlich so viel Zeit am Tag. Hast du aber auch gemerkt, so war es bei mir, dass du während der Trockenfastenperiode weniger Energie hattest? Also ich war dann quasi mental und körperlich natürlich nicht so effektiv. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Zeit gespart. Ich habe keinen Strom gebraucht. Ich habe nichts zu trinken, nichts zu essen gebraucht. Das war schon cool. Ja, ich merke, wenn ich regelmäßig faste im Monat, ich spare bestimmt mindestens 50 Euro an Essen einkaufen. Das ist schon gut. Ja, aber wenig Energie, klar. Trotzdem muss man sich bewegen und spazieren gehen und ein bisschen laufen. Okay, zu Crossfit gehe ich natürlich nicht an dem Tag. Das ist echt keine Energie, aber ja, dann nehme ich mir vor, so Sachen, die ich machen kann auf dem Sofa liegend. Und kann man auch produktiv sein oder lernen? Natürlich, ja, der Fokus ist anders, aber man hat auch keine Gedanken über irgendwelchen blöden Kram. Du gehst so irgendwie tiefer so in die Sachen rein und wirst fokussierter auf Sachen, die du tust. Und es ist natürlich wichtig, sich dann einen Plan zu machen für den Tag, dass du Sachen tust, wo du fokussiert sein kannst und überlegen kannst, nachdenken, sowas lesen. Ja, aber Energie am zweiten, siebten Tag ist natürlich sehr wenig Energie. Da kannst du dich nicht bewegen. Okay, okay. Ja, sehr spannend. Würdest du denn quasi dich auch nochmal jetzt zurückkommend aufs Trockenfasten speziell vorbereiten oder auch nachbereiten? Wie sieht es da aus? Sollst du direkt wieder anfangen, viel zu trinken, wenn du da rausgehst? Also vielleicht magst du zur Vorbereitung und Nachbereitung noch ein bisschen was sagen. Ich finde, Vorbereitung und Nachbereitung ist genauso wichtig, vielleicht auch sogar mehr wichtig als Fasten selbst. Vielleicht genauso wichtig, ja. Weil wenn man das falsch macht, kann man sehr viel Schaden einrichten. Und in russischen Quellen, zum Beispiel in russischen Kliniken, die machen keinen Einlauf vor dem trockenen Fasten, nur vor dem Wasserfasten machen die Einläufe. Aber ich finde, ein Einlauf vor dem trockenen Fasten sehr wichtig, weil damit der Körper das nicht so tausendmal wieder aufnimmt und verbraucht und damit der Darm clean ist und der Körper kann direkt starten mit Prozessen. Und zum Beispiel, ich hatte jetzt Silvester mit Freunden verbracht und habe da schon gekochte Sachen gegessen, weil ich wollte einfach so zusammen mit anderen, also Veganer, aber halt so ein bisschen habe ich selber gekocht. Und ich finde, ich würde mich nicht gut fühlen, direkt vom gekochten Essen trocken zu fasten. Deswegen habe ich jetzt drei Tage nur, also einen Tag davor nur auf Orangen- und Gräbfrutsaft habe ich verbracht. Das war ganz gut. Und die anderen zwei Tage auf Rohkost, aber auch sehr leicht ohne Salz. Hälfte sind die Früchte und dann so ein Kohlsalat, und so was. Ich finde das sehr wichtig, dass der Körper rein ist, vorbereitet. Und auch psychisch bist du dann vorbereitet, weil du schon darüber nachdenkst und schon so cleaner isst. Und rausgehen aus dem trockenen Fasten ist genauso wichtig, weil man gleich reinhaut. Das stört die ganzen Prozesse, weil das ist so ein cooler Tag, wenn man rausgeht, so richtig mit Seff zuerst ein bisschen trinken, dann so Gräbfrut, Wasser mit Gräbfrutsaft zum Beispiel, dann merkst du, dass der Körper dann noch nacharbeitet und nochmal nachsäubert und so auf andere Weise. Das ist wichtig, nicht gleich irgendwelche Fette zu essen, Salz und sowas. Und gekocht ist sowieso nicht, so die ersten paar Tage. Da kann man echt viel nochmal rausholen aus der Reinigung. Ja, spannend, super. Gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall jetzt noch dazufügen würdest? Oder würdest du sagen, hey, Trockenfasten, wie gesagt, nur diejenigen ausprobieren, die schon Fastenvorerfahrung haben, die einigermaßen schon eben auch auf ihre Ernährung achten, nicht von 0 auf 100 und schon gar nicht von der gekochten, fleischlastigen Ernährung direkt in das Fasten gehen. Also wenn wir das mal so zusammenfassen, sind das wahrscheinlich so die wichtigsten Punkte. Also ich nehme an, dass die Leute, die dich hören, deinen Podcast hören, die sind eh schon entweder vegan oder vegetarisch oder interessiert an veganer Ernährung. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, nachdem sie jetzt diese Folge hören und ein bisschen recherchiert haben, natürlich sind die total begeistert und wollen Trockenfasten machen, weil das so viele Vorteile bringt. Jeder will natürlich auf Zählebene aufräumen und Fett verbrennen. Und das ist trockenfasten, ist nachhaltiges Fett verbrennen. Das kommt meistens nicht zurück. Es kommen meistens keine Fressattacken oder was verbrannt ist, ist verbrannt. Und ich würde raten, mindestens einen Monat vegan zu leben. Das wird auch gut tun, so auf lange Sicht und erfahrungsmäßig. Und dann, wenn die Leute jetzt nicht wirklich lange warten wollen, so monatelang, bis sie Trockenfasten machen wollen, vielleicht so einen Monat vegan leben. Veganery ist ja jetzt ein guter Grund. Das ist ja überall jetzt in Social Media. Und vielleicht drei Tage vorher Säfte und Wasserfasten und dann einen Tag Trockenfasten anhängen. Das wird eine mega Reinigung sein und mega Erfahrung. Und dann macht man alles richtig. Das würde ich empfehlen. Ja, wegen jetzt plötzlich Trockenfasten machen, das ist jedermann Sache, aber das wird nicht so effektiv sein, wie vorbereitetes Trockenfasten. Und ja, mehr als drei Tage auf jeden Fall mit Heilpraktika, mit Beobachtung oder auf eigenem Gefahr halt, weil wir, was wir jetzt reden, das ist unsere Erfahrung. Wir empfehlen das ja nicht, jetzt gleich reinzuhauen. Und wir reden nur, dass es gut ist, wenn man das richtig macht. Aber wenn man das nicht richtig macht, das ist dann natürlich jedermanns Sache, die das machen. Super. Vielen lieben Dank, liebe Viktoria, für die ganzen coolen Infos. Wir verlinken natürlich hier eben auch die Quellen, die sie auch öfter genannt hat. und auch verlinkt ist natürlich mein Erfahrungsbericht sowie Victorias Erfahrungsbericht zu Trockenfasten auf ihrem Blog, auf meinem Blog. Also da darfst du auf jeden Fall gespannt sein. Und ein spezielles Video von mir ist natürlich auch noch verlinkt. Liebe Viktoria, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dein extremes Wissen hier geteilt hast. Wie du sagst, du machst extreme Dinge und dazu gehört wahrscheinlich eben auch Trockenfasten. Allerdings finde ich es definitiv vertretbar beziehungsweise will ich das eben auch mit reinnehmen. Ich implementiere Trockenfasten quasi in meine Intervallfastenzeit. Da fällt mir auch das Intervallfasten beispielsweise 16 Stunden nichts zu essen viel, viel einfacher. Also ich habe da drin dann fast überhaupt keinen Hunger und fange dann eben erst nach 15, 16 Stunden an wieder langsam zu trinken. Ich mache dann meinen ersten grünen Saft da mit rein. Der wird dann bestimmt auch sehr gut aufgenommen und dann geht es erst los mit Essen und damit fahre ich sehr, sehr gut. Ja, du bist ja schon gut vorbereitet, auch mental. Und ja, leider haben wir nicht angesprochen die ganzen Reinigungen außerhalb von körperlichen Ebene. Aber ja, kann ich vielleicht dann nächstes Mal erzählen, auf der emotionalen Ebene und energetischen Ebene, für wem das interessant ist. Genau, dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen Folgepodcast. Ja, weil das ist eigentlich auch das, was mich so reizt an der Sache. Cool. Ja, das ist noch ein super Punkt. Gut, dass du den angesprochen hast. Und wer keine extremen Sachen macht, wer macht das, was alle Leute machen, der wird nie irgendwie anders sein und erfolgreicher als die anderen, finde ich. Deswegen, extreme Sachen in Maßen sind gut, was Gesundheit angeht. Das ist nochmal ein schöner Schlusssatz. Das Blöde ist, dass das Wort extrem in Deutschland so negativ behaftet ist. Man könnte es auch außergewöhnlich nennen. Und dann hat es quasi einen direkten anderen Anstrich, denn sehr, sehr viele Menschen, die extraordinär gesund sind, reich sind, gute Beziehungen haben und vieles mehr, die machen eben auch Dinge anders. Manche mögen sagen, das ist extrem, das ist einfach eine Wortwahl. Und dementsprechend ist das vielleicht auch nochmal ein schöner Schlusssatz zu dem, was du vielleicht, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörer, jetzt eben auch denkst, das ist doch zu extrem, die spinnen doch und so weiter. Nein, sieh es einfach mal aus einer anderen Sicht, aus einer anderen Brille oder benutzt mal andere Wörter und schon relativiert sich eben dann vieles. Und letztlich geht alles darum, es selber mal auszuprobieren. Ja, und extrem ist relativ. Für mich ist es extrem, dort die Tiere zu essen und Laichen und sich zu vergiften mit irgendwelchen Sachen. Ja. Das ist sehr, sehr gut gesagt. Also alles eine Sichtweise mehr oder weniger. Also liebe Viktoria, wir holen dich auf jeden Fall wieder in den Podcast. Vielen lieben Dank. Und du bist ja auch zu hören in einer der nächsten Episoden, nämlich in der Solo-Episode, wenn es darum geht, Corona und vegane Ernährung. Und da sprichst du auch nochmal eine kurze Zusammenfassung über das Trockenfasten. Also auch da auf jeden Fall reinhören, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen. und da sagt sie vielleicht eben auch ein bisschen was schon mal zu emotionalen Reinigungen oder beziehungsweise zu emotionalen, mentalen Stärke. Ich bin da mega gespannt drauf. Und du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, abonniert einfach den Podcast oder den YouTube-Kanal, verpasst keine Folge mehr und leitet das vor allem an Menschen weiter, die mal was Extremes, Außergewöhnliches machen wollen. Ja, Christian, danke für die Einladung und danke an die Zuhörer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und aufgedehen bringen und irgendwie, ja, irgendwelche Anstöße geben. Super, vielen lieben Dank. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, zumindest wenn du nicht in der Trockenfastenphase bist. Lass es dir gut gehen und sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Geschenk, so wie es Viktoria ist. Alles, alles Liebe, dein Christian. Wusstest du, dass wir drei Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan-Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst es in iTunes mit Apple Podcasts tun, du kannst es natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts, du kannst es in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank. Dein Mr. Broccoli Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer, ärztlichen Rat einzuholen. Bis zum nächsten Mal.